Hallihallo, Grandos Gaming hier. Wir spielen heute nochmal Dome Keeper. Ein einziges Mal will ich es jetzt unbedingt noch als YouTube Video rausballern. Also ein Video davon. Wir spielen mit der Laserkuppel und dem Techniker. Das Werkzeug Schild im Modus Prestige, weil letztes Mal lief der Prestige Modus nicht so prächtig. Ja, was war das nochmal? Der Prestige Modus stand hoch und verringert sich nach jeder Welle. Müssen wir drin lassen, geht nicht anders. Das ist Freunde Modus. Spiele Prestige auf einem niedrigen Schwierigkeitsgang, Konkriege auf separaten Ranglisten, nur mit Freunden. Ne, ich mach mal ohne Freunde Modus und wir starten. Mal gucken, wie lange wir diesmal überleben. Oder auch nicht. Wird sich zeigen. Also ich hab jetzt den Techniker schon länger nicht mehr gespielt. Gutachter ist so ein bisschen mein Lieblingscharakter geworden. Aber wir gucken mal. Der Dulli kann auf jeden Fall schneller buddeln. Und der hat ja die geile Aufzugsfähigkeit als Standard, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Muss ich gerade nochmal überlegen und gucken. Aber ich glaube schon. Kuppel, Techniker, Laser, Schild. Ne, hat er nicht. Aber wir können sie finden. Hoffe ich. Wir gehen nochmal rein. Wir haben ja noch Zeit. Wir buddeln jetzt einfach mal ein bisschen frech in der Gegend rum. Wie immer. Hier oben gleich mal auf die Seite buddeln. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Eine Sackgasse. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Andere Seite auch. Ja, ist ja prächtig. So, dann fangen wir an. Hier seitlich zu buddeln, wie immer. Gucken, ob wir irgendwas Gutes finden. Hier ist Wasser. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Da buddeln wir gleich schon wieder nach oben hier. So, das bringe ich erstmal nach oben. Weil der Dulli ist nicht der allerschnellste. Der braucht ewig. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Zeit bis zur nächsten Angriffswelle. Kaufen wir mal. Gut, die kommt schon gleich. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da habe ich definitiv Bock drauf. Da ist nochmal Wasser. Kriegen wir das noch hochbefördert? Ich denke schon. Na, die kommen schon. Na, rein da. Kampf. Bitte nicht draufhauen. Dankeschön. Gott sei Dank. Gerade noch gut gegangen hier. Gerade so. So, da haben wir ein bisschen Kobalt. Nehmen wir auch mit. Hier müssen wir uns wieder am Weg nach oben buddeln. Das bringen wir schnell hoch. So, eher rein damit. Und wieder runter. Wir buddeln jetzt mal ein bisschen nach unten. Vielleicht finden wir schon irgendwo so ein Relikt oder irgendwas. Oder Gold. Gold ist auch immer gut. Kann man auch immer brauchen. Oh Gott. So viel kann ich gar nicht tragen, ne? Ne, kann ich nicht. Äh, 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 äh. So. Zwei. Die geht halt ewig, das mit dem hochzubringen, ne? Ohne den Aufzug ist man da echt aufgeschmissen. Ich sag's, wie's isch. So, vier gehen auch grad noch so. Drei ist besser. Dann kommen wir noch pünktlich hoch vielleicht. Vielleicht. Ja. So, Kampfmodus. Vielleicht kriegen wir den kaputt. Ne, ich glaub der haut drauf. Ne, hat grad so funktioniert. War knapp. Gelagerte Ressourcen. Ja, zeig ich mal an. Bohrstärke. Schneller fliegen. Dass ich mehr tragen kann. Das holen wir uns auf jeden Fall. Das ist nicht verkehrt. Das war's auch schon. Ja, Geschwindigkeitsupgrade brauchen wir, glaub ich, definitiv auch. Wir bringen, glaub ich, jetzt grad das Gold hoch. Und gucken, ob wir uns noch irgendwas kaufen können davon. Ne? Verbesserung. Bohrstärke. Geschwindigkeit will ich erhöhen, genau. Schön. Sehr schön. Dann nachher noch die Bohrstärke, weil wenn wir jetzt noch weiter runterkommen, dann kommen wir ja bekanntlich wieder in die Gegend, wo es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt das Gestein abzubauen, abzubasteln, abzubauen. Oh, das Gold. Sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir müssen auch schon gleich wieder hoch, Menschenskinder. Aber das Zeug nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das passt. Das kriegen wir hin. Wir können hier auch noch ein bisschen buddeln. So, jetzt müssen wir nach oben. So, Gold, komm mit. Nicht hier bleiben, bitte. So. Verbesserung. Wir kaufen uns die Bohrstärke. So. Und danach müssen wir dann mal die Flinte hier verbessern. Die Laserkanone. Oh Gott. Stopp. Hören Sie auf. Ist das Ding langsam. Ups. So, weg mit dir. Schön. Weiter geht's. So, wir gehen jetzt noch nach links und rechts weiter. Das geht auf jeden Fall ruckzuck jetzt hier mit dem Abbau, Mensch. Das ist ja sehr schön. So gefällt mir die Geschichte. Oh, nice. Ups. So, nehmen wir auch mit. Hier ist Wasser. Nehmen wir auch mit. Wie viel kann ich denn mittlerweile tragen? Das kriege ich alles auf einmal getragen. Jetzt ist das ja sehr geil. Sehr, sehr geil. Bringen wir das alles mal irgendwie hier Richtung hoch. Hoffe ich. So, rein damit. Alles hoch. Ich gehe nochmal runter. Gucken wir in die Richtung auch noch schnell. Wenn wir irgendwas finden. Hier nochmal nach oben buddeln. So. Nichts. Dann gehen wir hoch. Mal schnell Verbesserungen kaufen, bevor die Gegner kommen. So, Verbesserungen. Wir kaufen uns die... Was kaufen wir uns denn? Die Geschwindigkeit. Ne, den Schaden hätte ich gesagt zuerst. So, Kampf. Ja, sieht schon ein bisschen cooler aus. Der fette Laser. Hin, fort. Oh Mann ey. Diese Nervviecher. Ja, ja. Flieg du nur rum da. Ist gut. Ich hole dich gleich vom Himmel dann. Wenn die Kanone sich mal nicht so lahm bewegen würde. So, weg mit dir. So, jetzt gehen wir nochmal in die Verbesserungen. Ähm, mm, mm, mm. Den Wellenwarner. Den Wellenzähler. Den Fluchtweg. Das war es. Das war es erst mal. Schön. Sehr schön. Perfekt. So. Jetzt buddeln wir erst mal ein bisschen nach unten. Ah, ja, guck mal an. Ja, perfekto. Geil, du Mat. Genau das, was ich finden wollte. So, komm mit. Hoffentlich ist es was Gutes. Der Aufzug wäre es richtig geil. Der wäre richtig geil. Könnte ich hart brauchen. Boah, Bert. Autokanone. Insiedere auf deiner Kupple eine mächtige automatische Kanone. Du nimmst eine liebenswerte Kreatur bei dir auf, die für ihr Leben gern gräbt. Bringst sie in die Mine und platzierst sie dort, wo sie für dich graben sollen. Habe ein Auge auf sie, um sie aufzuwecken, wenn sie mal wieder beim Graben eingeschlafen ist. Nehme ich mit, den Boah, Bert. Der Boah, Bert, den setze ich jetzt einfach. Ähm. Boah, Bert schläft nach einer gewissen Zeit ein oder wenn er auf eine Wand trifft, durch die er sich nicht graben kann. Drücke neben ihm, um ihn aufzuwecken. Ja, dann bleibt der Boah, Bert. Oh Gott. Hier. Boah, mal ein bisschen, Boah, Bert. Sehr geil. Sehr geil. Ja, nice. Der hat auch schon Kobalt gefunden. Braucht zwar ein bisschen länger, aber passt. Und wenn mein Boah, Bert, da unten bohrt, boahre ich hier oben. Das ist doch alles ganz gut so. Wir müssen aber schon wieder hoch, Mensch. Oh, ist das nervig. Diese Wellen immer, diese Wellen. So. Attacke. Wäre nett, wenn diese Anzeige da unten weggehen würde. Das ist jetzt ein bisschen arg doof, dass mir das die ganze Zeit da in der Sicht hängt. Finde ich jetzt gar nicht so geil. Was ist das wieder? Buggy, buggy, oder was? Ah. Es hat sich von selbst gelöst, das Problem. Das ist ja sehr gut. Perfekt. Sehr schöne Sache. So, wo ist der Boah, Bert? Ich hab den, glaub ich, eine Etage zu tief gesetzt, ne? Ja, wach mal auf. Also, geht nicht. Ja, da kümmern wir uns dann gleich drum. Jetzt nehm ich erstmal das Gold mit. Hier müssen wir noch abbauen und gucken, ob hier noch irgendwas versteckert ist. Ist wohl nicht der Fall. So, jetzt bringen wir mal das Zeug hoch. Und dann holen wir unseren Boah, Bert. Und lassen den woanders weiter bohren. Geht gar nicht lang, das Zeug noch hochzubringen, ne? So, Verbesserung. Ja, zeigt die Integrität der Kuppel an. Das wollte ich noch holen, genau. Gut. Jetzt haben wir einen Lebensbalken der Kuppel. Muss sehen, wie lang sie hält. Jetzt holen wir unseren Boahwert. Na, wo ist er dahinter? Faulpelz, komm mit. Schaff mal was, Kerle. Hier kann... Ups. Hier kann ich mal buddeln. Hier. Hier, hier, hier. Buddel, Buddel, Buddel. Gib ihm. Sehr schön. Ich muss schon wieder hoch. Kampf. Gib ihm. Immer schön auf die Füße. Das wäre jetzt richtig, richtig bescheiden, wenn jetzt noch dieser Kasten mit der Beschreibung da unten wäre, dass ich die kleinen Viecher nicht sehen könnte. Das wäre richtig, richtig bescheiden. Ach, du Nervtbelage, ey. Nerv nicht. Geht ruf. So. Schön. Jetzt gucken wir mal, was das Boahbärtchen da unten macht. Der ist nicht sehr weit gekommen. Das finde ich ja jetzt nicht so prächtig. Warum hast du nicht weiter gebuddelt, Boahbärt? Buddel mal. Ja, schön. Ich buddel hier, du buddelst da. Ach so, wahrscheinlich, weil die Wände so dick sind, ne? Deswegen. So, da haben wir Yolt. Das holen wir uns raus. Das nehmen wir mit. Kobalt. Das holen wir uns nachher. Jetzt gucken wir erst mal das Gold nach oben. Und dann gucken wir, ob er den Boahbärt irgendwie upgraden kann, dass er vielleicht irgendwie das Zeug hochbringt. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass er so OP wäre, dass er sein abgebautes Zeug selber hochbringt. Das wäre ja zu schön. Aber vielleicht, dass er es sammelt. Schauen wir mal. Leckerlis wachsen beim Nest unter der Kuppel, bringt sie zu Boahbärt, dann wird er sich dankbar vertilgen, um Kraft zu tanken. Viel länger graben, bis er müde wird. Dreht um, anstatt einzuschlafen. Leckerlis geben Boahbärt länger Kraft, verbessert die Grabfähigkeit. Grabfähigkeit. Leckerlis. Zeigt die Richtung zu Boahbärt, um ein Leckerlis trägt. Boahbärt erhält einen identischen Zwilling namens Gabriel. Gabriel. Okay. Der Gabriel, wer kennt ihn nicht? Jetzt schon eine lebende Legende hier. So, wir brauchen noch Gold für unser nächstes Upgrade, Mensch. Ich habe schon so viel gebuddelt und nichts Gutes gefunden, außer den Boahbärt. Wie gesagt, der Aufzug wäre richtig geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Den könnten wir hart gebrauchen, auf jeden Fall. Weg mit dir. Welch mit dir? Da hinten kommt noch was reingeploppert. Ach, da drüben kommt auch noch so ein Nervensegel. Ach, zwei sogar. Tja, schön. Perfekt. So muss das. Weiter geht's im Programm. So, wo ist der Bohrerbärt? Da ist er eingeschlafen, der Kerle. Ach, da ist eine undurchdringbare Wand, deswegen. So. Hier auch. Hier auch. Oh Mann. Ja gut, dann bleibt er wohl erstmal hier unten und pennt ein bisschen weiter, der Gude. Hier ist noch mehr Wasser. Ist ja jetzt aufgewacht gerade. Ja, das wird definitiv nichts. Ich glaube, wir legen das Zeug erstmal alles hier ab. Also ein bisschen was davon. Nee, nee. Ach, oh Mann. Äh. Okay, ist gut. Ich habe es verstanden. Mensch. Ajo. Habe ich jetzt irgendwo noch einen Kobalt verloren oder war das nur Wasser? Mal hier ein bisschen mehr Platz, damit ich da durchswingen kann. So, ja, wir müssen hoch, ich weiß. Ach ja, Mensch. So, Kampf. Da. Weg mit dir. Noch einer. Weg mit dir. Nein, du Nervensegel. Komm, klapp dich aus. So. So. Der macht so wahnsinnig Schaden, finde ich. Die Nervviecher. So, hin, fort. Schön. Weiter geht's. Da drüben hätte ich Gold auf jeden Fall. Wieso mache ich das eigentlich? Weiß ich selber nicht. Boah, Bert. Komm mit. Habe Aufgabe für dich. Hier, Buddel. Viel Spaß. Viel Glück. Gönn dir. Gib ihm. Boah, es geht ewig hier abzubauen schon. Bohrer stärker erhöhen, definitiv. Aber ich brauche ja auch mehr Geschwindigkeit, mehr Tragen. Die Flinte muss geupgradet werden. Und ich muss ein Relikt finden und hoffen, dass da irgendwas Gutes drin ist, was mir ein bisschen hilft, das Zeug einfacher hier hoch zu befördern. Boah, das wird wieder eine sehr, sehr stressige Sache. Ich muss auch schon wieder hoch. Ärgerlich. Ärgerlich. Können wir noch irgendeinen Upgrade kaufen? Irgendwas? Äh, was ist das? Ach so, Planet verlassen, stimmt. Ähm. Oh, ups. Das war nicht, das war eigentlich nicht. Ich dachte, ich könnte es kaufen. Ja, nee, eher nicht. Gut, wir kaufen noch die Zielhilfe. Ähm. Ja, wir kaufen hier Bohrwert Upgrade, damit er länger buddeln kann. So, Kampfmodus. Äh, äh, stopp. Mitten in der Angriffsbewegung aus dem Himmel geballert. Schön. So, mach mal dit. Oh, nee. Die Viecher hab ich ja auch sehr gern. Machen ja überhaupt gar keinen Schaden. Komm raus, du Viech. Geh drauf, du Viech. Dankeschön. So. Runderteuer. Luki, Luki machen, wo der Dude hingebuddelt hat. Ein gutes Stück. Sehr schön. Buddel weiter. Ja, schreie jetzt herum, Buddel. Doch, der braucht ewig. Das ist definitiv nicht die perfekte Höhe für ihn zum Buddeln. Für mich auch nicht. Hier ist dann eh Ende im Gelände. Weißt du was? Ich helfe dir schnell. So, jetzt wechseln wir die Richtung oder die Seite vielmehr. Dann können wir mal gucken, was wir hier drüben finden. Boah, Bertius. Hier. Hilf mal mit, Knilch. So, wir buddeln jetzt einfach zu zweit. Hier ist dann wieder Ende im Gelände wahrscheinlich, oder? Ne, hier geht's weiter. Was haben wir hier? Gold. Ich muss hoch. Oh nein. So, buddel du noch ein bisschen. Ich geh mal hoch, ne? Ich hab viel zu lang gewartet. Bis ich oben bin, greifen die schon lange an. Oh Mann. Finde ich nicht so geil. Finde ich ganz und gar nicht geil. Natürlich. Ja, natürlich. Schön. Schön, 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 schön. Da kommen natürlich die kleinen Nervviecher jetzt mit. Das ist natürlich sehr geil. Lass die mal alle platzen hier. Blöp, 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 blöp. Du weg. Komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Na, und du, Nervensegel. Ja, perfekt. Ach ja. Erst mal bisschen reparieren hier. Kostet ja nix. Ne, ne, gar nicht. Schön. Attacke. Schauen, was hier unten so abgeht. Wie weit hat er denn jetzt noch gebuddelt hier? Der ist jetzt da beim Gold runtergefallen, ne? Ist eingepennt. Okay. So, Bohrbärtchen. Ich hab ne Idee. Oh, ne. Oh, ne. Da soll ich das Bohrbärt aufheben. So, guck mal hier. Buddel mal weiter. Ja, Buddel. Buddel, Buddel. Kuddel, Buddel. Buddel. Schön. Es läuft nicht. Bin ganz ehrlich. Es läuft nicht. Irgendwie finde ich den Gutachter halt doch besser, weil ich das Zeug da hochschießen kann. Da muss ich nicht immer diesen Rückweg machen hier. Das ist schon ein bisschen belastend. Das kostet gut Zeit immer. Na ja, was willst du machen? Hilft nischt. Wir hoffen einfach mal irgendwie auf gutes Zeug. Na toll. Musch du da hoch. Oh man ey. Nervig. Kann ich noch irgendein Upgrade kaufen? Verbesserung. Für mich vielleicht. Bohrerstärke. Oder Ressourcen tragen. Ich glaube Ressourcen tragen. Machen wir zuerst. Hätte ich gesagt. So, von wo kommen sie denn? Da kommt der erste hier reingewackelt. Diese Flugviecher sind schon richtig, richtig nervt. Ohne Witz. Die sind schon hart nervig. Jetzt treffe ich den nicht wegen dem anderen. Doch, ich habe mich doch noch getroffen. Gut. Schön. So, die kleinen Bloberinis weg. Jetzt die Nervensege hier noch weg. So, tschüss. Und runter mit uns. Wollen wir mal schauen. Was wir hier Gutes finden. Wenn wir überhaupt noch was finden. Läuft irgendwie gerade nicht so mit dem Finden von Dingen. Und da ist Wasser. Bringt mir nichts, wenn ich kein Gold habe. What the fuck? Was hat da jetzt gerade so geschrien? War das der Boerbärt? Ich glaube nicht, oder? Er ist wieder wach. Was hat ihn jetzt aufgeweckt? Hm. Okay, gut. Wir bringen das Zeug jetzt nach oben. Und dann hoffen wir, dass es noch mal runter reicht. Äh, äh, hallo? Okay, tschüss Kobalt. Dann bleib halt unten. Mensch. End. Kinder. Och, ich muss dringend die Geschwindigkeit erhöhen. Geht ja ewig hier. Bis ich hier unten bin bei Boerbärt, geht es oben schon wieder los. Schöne Sache. Nee, war gelogen. Eigentlich ganz und gar nicht schön. So, ich schmeiß dich mal da rein, Buddel. Viel Spaß. Ich hoffe, das wird was. Aber ich habe ja viel Kobalt zum Kuppel reparieren, wenn ich Glück habe. Überleben wir noch ein bisschen. Was zur Hölle? Da kommt schon so einer. Ach so, ist schon Welle 12. Ach so. Das macht Sinn. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich halt kaum Ressourcen finde. Hehe. So, komm. Weg mit dir. Schön. Reparatur. Zweimal reparieren. Zack, bumm. Jetzt gehen wir gucken, was da unten beim Boerbärtchen abgeht. Ob er mir was Gutes ausbuddelt oder nicht. Nee, tut er nicht. Schön. Hat sich gelohnt, den da reinzuschmeißen. Äh, reinzuschmeißen. Reinfallen zu lassen. Mensch. Hier, die Richtung. Hier, die Richtung. Buddel da. Ich gehe hier lang. Gut. Sehr, sehr schön. Was hast du da ausgebuddelt? Oh no. Ach so, das war dieses komische Teleportauge, oder? Das hatte ich schon mal. Stimmt, den Teleporter gibt es auch noch. Der wäre auch nicht schlecht, wenn wir den finden würden. Teleporter oder, äh, Fahrstuhl wäre ziemlich geil. Aber momentan finde ich ja nicht mal Gold. Wie soll ich da was anderes finden? Wasser. Schön. Sehr schön. Gott, das geht ja ewig. Also das Wasser werden wir jetzt mal nicht mitnehmen. Wir gehen jetzt nach oben. Nach oben, bitte. So. Oh, ich sag's euch, der Charakter, ne? Der Gutachter ist halt doch ein Ticken besser. Also meine Meinung. So, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, lebt wieder ewig und drei Tage, ey. Komm. Weg jetzt. Danke. Oh man, ey. Hauptsache, er haut noch mal drauf. Musste sein, ne? So ein letzter Schlag noch mal auf die Kuppel, Mensch. Frechheit. So. Ich habe gerade null Überblick mehr, ne? Boerbert ist hier hinten irgendwo tätig. Hier müssen wir mal ein bisschen rausstanzen, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh mein Gott. Sehr schöne Sache. Was ist das? Ah ja. Da muss ein Wasser rein. Zum Glück ist hier Wasser. So, mach auf das Ding. Ich brauche das dringend. Nehmen wir gleich mal mit hoch und gucken, was es ist. Ich hoffe, etwas Lohnenswertes. Hier muss ich glaube, nach oben, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo es nach oben geht. Aber das dürfte, glaube ich, hinhauen. Doch. Doch, müsste stimmen. Müsste stimmen. Müsste passen. So, was haben wir jetzt Schönes? Kuppelauferstehung. Verbessert die Ablenkung der Kuppelhülle, um Projekt T-Shirt zu verringern. Nahkampfstand bleibt davor unberührt. Oh. Ja, Projektilschaden verringern. Das sollen wir sonst machen. Ich hätte gerne den Bohrbärd noch aufgeweckt jetzt. Aber das kriege ich nicht mehr hin. Kann ich denn hier noch irgendwas Gutes tun? Ne, ne? Ohne Gold geht hier nichts. Überhaupt gar nichts. Schade. Dann halt Kampfmodus. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Es ist Welle 14. Schön. Oh Mann, ey. Mach ihn kaputt, bevor er abtaucht. Klasse. Schön, schön, schön. Komm, geh kaputt. Dankeschön. Du auch. So. Schließen. Ähm. Zum Bohrbärd muss ich. Die müssen wir mal ein bisschen aufwecken, damit er wieder ein bisschen buddelt. Ne? Aber da geht buddeln nicht mehr. Kannst du mal hier unten buddeln. Hier. Gib mal buddeln, Kerle. Ich helfe ein bisschen. Ich bin grad schneller wie du. Egal, wir buddeln trotzdem mit. So, jetzt. Hier ist wieder ein bisschen Widerstand dahinter. Dann buddeln wir mal nach oben. Ah ja, guck mal einer an. Genau das, was ich wollte. Das krieg ich ja nie und nimmer jetzt hoch, oder? Obwohl. Doch. Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Sehr schöne Sache. Ja, ich bin ja gleich oben. Dauert nur noch ein paar Stunden. Dürft es doch aber klappen. Grad noch so. Gut. Schön. So, Kampfmodus. Welle 15. Weg mit dir. Weg mit dir. Äh. Natürlich. Haut doch alle drauf. Was geht denn ab hier? Ähm, okay. Übertreib komplett. Ich hab die Autoreparatur gekauft, oder? Ich hoff's zumindest. Oh mein Gott. Das war knapp. Yes, ist es, ist das teuer. Lebenskraft der Kuppel müssen wir erhöhen, sonst haben wir ein Problem. Äh. Was kaufe ich jetzt noch? Ich kann wieder nix kaufen, ey. Oh Mann. Ja, Schildstärke erhöhen. Bringt nicht viel. Die 30 HP vom Schild lohnen nicht so hart. Ich glaube, ich mach mal die, die, die Stärke vom Bohrwert noch höher. Dann gehen wir gleich mal gucken, bis wohin der gebuddelt hat. Oder gebohrt vielmehr. So, da unten ist er weitergegangen, ne? Der buddelt noch. Der buddelt noch. Der hat noch Power. Sehr schön. Der Kerl, der hat noch Power. Der ist noch motiviert. Aber du kommst mal mit. Ich brauch dich in eine Etage oder zwei weiter oben, mein Freund. Und zwar will ich, dass du hier buddelst. Hier. Buddel mal da lang. Mit mir. Komm. So. Eigentlich soll da noch eine Etage weiter oben buddeln. Aber da kann auch ich buddeln. Der sieht ganz und gar nicht gut aus hier. Ich nehme alles zurück. Gib mir der Gold. Oh nee, ich muss hoch. Oh nö, komm. Schaffe ich das? Ich habe ja nicht allzu viel dabei. Vielleicht verliere ich auch auf dem Weg leider was. Könnte auch sein. Wieder so ein Kobalt, was irgendwo hängen bleibt oder sowas. In der Art. So. Ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Was ist das denn? Achso, das sind die kleinen Scheißerchen, die sich einbuddeln. Cool. Ja, da darf ich jetzt so lange rumballern, bis die sich alle wieder ausgebuddelt haben. Weg mit dir. Ja, ich weiß, du willst auch einen ins Gesicht. So. Weg mit dir. Schön. So, nochmal runter. Nochmal Richtung Gold. Ist auch noch gar kein langer Weg. Nö, nö. Nö, 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 nö. Ganz und gar nicht. Oh, ich bin eins zu weit runter. Bin jetzt auf Höhe. Boah, Bert. Nur ein Gold. Ja, klasse. Kann ich viele mit anfangen, Kerli. Schön. So, hier haben wir noch einen Weg nach oben bahnen. Hier. So. Wo ist der Kerl? Da hinten ist er eingepennt. Weil da ist Ende im Gelände. Cool. Kommen wir mit. Wir setzen den jetzt da oben rein. Da soll er da auch noch ein Stück buddeln. Hier in die Richtung. Sehr gut. Buddel mal. Ich buddel hier mal nach unten. Verbindung öffnen. Hier holen wir uns noch schnell ein bisschen Wasser. Dann müssen wir nach oben. Ach ja. Oh nö. Ah, okay. Gut. Hat noch funktioniert. Mein Material ist noch bei mir. So. Hoch, hoch, hoch. Oh Gott, oh Gott. Das mag ich gar nicht. Äh. Och ja, natürlich. Komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh. Ja, ich glaub, das war's dann gleich. Wenn das so weiter geht. Nee, nee, nee. Hör auf. Hammers. Gott sei Dank. Holla die Waldfee ey. Ja, kostet ja nix ne. Mensch. Also echt. Geschwindigkeit Jetpack erhöhen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich hab extreme Goldprobleme. Ich glaub so extreme Goldprobleme wie jetzt hatte ich ja noch nie. Ich find einfach alles nur kein Gold. Das ist hart belastend. Vor allem so wie wir hier buddeln, müssten wir eigentlich alles sehen können. Ja, du kommst mit. Komm. Einmal durch hier. So, die Richtung. Ich mach hier noch frei. Vielleicht ist hier noch irgendwas drin versteckt. Sieht nicht so aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich muss hoch. So, dann buddeln wir uns jetzt hier wieder nach oben. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber wir haben es trotzdem getan. So, ab nach oben. Ich hab übrigens falsch runtergebuddelt. Fällt mir grad auf. Gar nicht in der Mitte. Naja, halb so wild. Ist eh gleich vorbei, wenn's so weitergeht. Oh nein, ey. Weg mit dir. Weg mit dir. Da, Glück gehabt. Ach, diese Pfützenviecher, ne? Komm raus, komm raus. So, tschüss. Sehr schön. Jetzt gehen wir straight nach unten und buddeln. Mal gucken. So, Welle 19. Welle 20 wird wieder richtig fett, glaub ich. Da gibt's wieder böse auf den Deckel dann. So, ich buddeln jetzt einfach frech nach unten. Ob's was bringt, weiß ich nicht. Glaub eher nicht. Okay, reicht erst mal. Muss man auch noch links und rechts. So. Ups, hier. Schön, Wasser hätten wir. Da haben wir auch noch gar nicht viel davon. Da brauchen wir dringend noch mehr. Jaja. Auf jeden Fall. Hier ist doch das Bohrbärtle lang, oder? Nee. Hab ich denn den wieder abgestellt? Ah, hier ist Gold. Gut, nehmen wir mit. Schnell, schnell. Bau ab, das Zeug. Da oben ist der Bohrbärt. Ach, noch mehr Gold. Ich muss aber nach oben. Noch mehr kann ich eh fast nicht tragen. Nehmen wir wenigstens das Nötigste immer mit. Obwohl gerade alles nötig wäre. Außer Wasser. Ja, ich bin hier gleich da. Beruhig dich, Kumpel, beruhig dich. Ich bin ja schon am Stüssel. So. Oh man, ey. Das geht wieder böse auf den Deckel hier auf jeden Fall. Ja. Perfekt. Ähm. Ich hab erst einen von den zwei kaputt. Geh drauf, bitte. Oh Gott, ey. Jesus, also echt. Äh, äh. Oh mein Gott. Ist das nervig. Zurück zum Hauptmenü, bitte. Das ist schon sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Ähm, was machen wir jetzt? Ja gut, da hätte ich gesagt, wir beenden das Video. Ich hab gesagt, wir spielen noch einmal Dome Kiefer. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit dem, äh, Gutachter hier, mit dem guten Dude hier, mit dem guten Gutachter Dude, nochmal eine Partie starte. Wenn's so läuft wie letztes Mal, wird das Video dann zwei Stunden lang. Deswegen hätte ich gesagt, wir berechnen das abrupt vorzeitig ab. Beziehungsweise, wir haben ja unsere Partie fertig gespielt. Mehr oder weniger. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich bin raus. Das war's mit Dome Kiefer. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke gewinnen von Dome Kiefer. Ich hoffe, es sieht interessant aus. Ich find's sehr interessant. Ich werd das auf jeden Fall so für mich noch ab und zu nebenher mal ein bisschen spielen. Äh, so um den Kopf frei zu kriegen. Weil während man die Videos macht, kriegt man ja nicht unbedingt den Kopf frei. Weil man muss ja mit euch auch ein bisschen kommunizieren. Ich werd's ein bisschen Offscreen sozusagen spielen für mich. So privat. Ähm, freut euch und lasst euch überraschen, was als nächstes auf dem Samstagspot dann wahrscheinlich erscheinen wird. Ich bin jetzt wirklich raus. Nochmal danke fürs Zuschauen. Danke für unseren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Wir hören uns in einem anderen Video. Ähm, wenn ihr wollt, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Und lasst Likes, Kommentare, Abos da und drückt aufs Glöckchen, wenn ihr wollt. Ist natürlich alles freiwillig, ne? Alles freiwillig. Ich bin jetzt wirklich raus. Ich laber schon wieder zu viel. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.